Ja, Uwe, die Fans interessiert ja immer, warum dürften wir noch nicht im alten Standort filmen? Ja, ganz einfach. Da ist jetzt mittlerweile eine Erbgemeinschaft, welche aus Norddeutschland, aus Köln, von überall. Und keiner kümmert sich jetzt drum. Und wir lassen es auch so laufen. Irgendwann klappt das, da wir da drinnen drehen können und wieder zeigen können die Fans einiges. Aber momentan, wir lassen es ruhig gehen. Wir haben uns lange genug aufgeregt. Und da bringen wir jetzt immer nur graue Haare. Das sieht man, die ersten kommen ja schon.